ja herzlich willkommen zurück in transmissions und wir haben ja jetzt muss ich wieder meinen timer einstellen es tut mir leid ich lerne schon noch ja wir haben ja unsere hübschen freunde hier besiegt und jetzt gehen wir mal weiter und schauen mal wo es uns noch so hinführt erst mal an die wand oder an der treppe okay muss man wahrscheinlich wieder springen so was ist da oben nichts können wir das ich hänge jetzt irgendwo können wir das aufschießen jetzt komm gehst du jetzt auf oder nicht danke ach hier hänge ich ich lerne es nicht ich raff das nicht na endlich so gibt's hier was ich mach mal das licht an cool hier hat es noch eine kiste herbert bist du uns heimlich gefolgt herbert hatte sehnsucht okay ich stell dich mal ganz kurz hier ab herbert lein wow wo kam das gerade runter geflogen kann ich mal lebst du noch ist das ein viech moment oh und die lampe könnte ich mal wieder ausschalten hey danke danke das ist cool hat's hier noch was nee ich möchte mal wieder die hier bitte und jetzt kontrolliere ich ganz kurz nochmal den ton dass ich mich nicht wieder verdrückte so was gibt's hier noch da wurde er auch gewütet hey voll eine panzerfaust cool herbert wo ist herbert herbert mein schätzchen mein schätzchen wo bist du hat er sich versteckt jetzt oder haben wir den herbert ist weg ladedaten na wat nu ok herbert herbert hier hat's noch granaten und hier hat's auch noch granaten na super das wird wieder gut ich bin doch am richtigen eckchen hier ich raff das nicht so ach komm ach komm jetzt komm wir werden doch wohl noch schaffen hier hoch zu springen hier na super kommen wir hier besser hoch na fast na fast da hänge ich an diesem teil hier oben ja ein freund und hier sind noch mehr freunde ach du meine fresse ach du meine fresse was bist du was bist du oh mein gott oh mein gott oh mein gott geh back was treffe ich denn nicht ja ja fuck na kommt ja ja sag mal gehst du jetzt weg oh was bist du was bist du komm her bleib da jawoll jawoll ton läuft läuft haben wir noch irgendwo eine granate hier ist noch eine und hier sind noch welche cool bäm was bist du denn ach gott da kommt noch mal so ein viech ach du meine fresse ach du meine fresse und noch mehr und ich habe keine granaten mehr fuck und ihr kann ich da rein oh mein gott da liegt noch eine granate und heilung du stehst gerade so schön bleib so mein schätzchen hildegard ach ich bin so blöd ach da hat es eine leiter ja guten morgen guten morgen cool ich darf vielleicht nicht so viel schießen na komm ich habe ich habe was für dich hier hat es keine granate mehr doch hier hat es noch eine jawoll oh da hat es noch eine da hat es noch eine all right okay nein ich möchte jetzt nicht hier hoch ich möchte erstmal dich hier weg und dich hier weg und dann möchte ich bitte ach komm fuck ich möchte hier rein hier hat es nämlich noch granaten und hier hat es heilung ciao ja ja sag mal lässt du mich jetzt in ruhe lässt du mich jetzt in ruhe okay jetzt haben wir nur noch die freundin hier na na ton na mein schnuckiputzi komm mal her ach fuck ey haben wir noch eine granate irgendwo bitte bitte lass mich in ruhe oh gott ich hänge ich brauche eine granate können wir hier rein granate lass mich in ruhe lass mich in ruhe lass mich in ruhe hildegard hildegard nochmal eine granate das ist gut hildegard hildegard granate ja so mein schätzchen wo bist du mein schätzchen komm mal her ja na komm bitte ja ja das war's ja das war's schafft. Schade, mir hat das total gut gefallen und ich hätte gerne noch weiter gespielt. Ja, aber in dem Sinne, ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht und lasst mir ein Däumchen da oder ein Abo, wenn es euch gefallen hat und ich wünsche euch alles, alles Gute und vielleicht sieht man sich irgendwann mal wieder im nächsten Video. Bis dann, ciao!